Hallo, hier bin ich wieder und heute präsentiere ich euch mal wieder ein etwas kleineres, aber ziemlich ausgefallenes Lego-Modell von mir. Und zwar ist das hier mein Auto für meine Creative Car Serie mit dem Namen Woody. Und wie man schon sehen kann und wie es der Name auch sagt, soll dieses Teil hier hauptsächlich aus Holz gebaut sein. Und zusätzlich bin ich noch in so einem Stil gegangen, dass dieses ganze Ding wie ein fahrendes Piratenschiff aussieht. Oder besser gesagt, das Auto von einem Piraten ist. Gleich mal im Voraus will ich hier etwas mit diesem Affen erklären. Das soll sozusagen der Motor von diesem Auto sein. Und zwar soll dieses Geriffelte hier unten ein Föhrerband darstellen, auf dem der Affe läuft. Und durch diese Banane hier vorne wird er immer weiter dazu gebracht, dass er eben auf der Stelle weiterläuft und das Auto antreibt. Ja, rundherum habe ich viel ausgefallene Teile verwendet, wie diese Katapulte für Kotflügel. Hier diese alten Türen. Diese Schatzkarte hier soll sozusagen das Navi für den Piraten sein. Und rundherum habe ich halt einfach Teile in verschiedenen Arten und Weisen verwendet. Natürlich lässt sich das Ganze auch noch fahren. Hier gibt es noch einen kurzen Blick auf die Unterseite, wie das da so aussieht. Ja, und ansonsten war es das auch schon wieder zu diesem Modell. Ups. Ich hoffe natürlich, wie immer es hat euch gefallen, auch wenn es mal wieder ein kleines Modell war. Wenn ja, könnt ihr mir einen Daumen nach oben geben oder vielleicht sogar abonnieren. Und dann hoffe ich wie immer, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.